Gemeinschaft, den Amo, zu Rüsten! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Liebe Fußballfreunde, ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich unser Präsidenten Volker Johnson. Meine Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie von Herzen, sofern Ihnen wie es möglich sein sollte, sich zu ehren, eines der größten Idole unserer Vereinsgeschichte von Ihren Plätzen zu erheben. Jörg Stümmer war eines der besten Talente des deutschen Fußballs und reifte im Nachwuchs der SGD zu einem Weltklassespieler heran. Dabei trieb er selbst solcher Ausnahmefußballer wie Michel Platini regelrecht zur Verzweiflung. Er war technisch beschlagen, geradezu begnadet. Ein bewundernswerter Kämpfer auf und neben dem Platz. Jörg Stümmer starb am 24. Juni in Dresden. Lassen Sie uns bitte ihn zu Ehren für einen Moment schweigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.